hallo und herzlich willkommen zum nagelneuen maxus e deliver 7 der ist ganz frisch nach deutschland gekommen ihr könnt ihn jetzt käuflich erwerben und er hat einige specs die auf jeden fall mal den rein elektrischen kastenwagen revolutionieren werden bevor wir los starten schaut ihr bitte mal nach ob ihr teil der einfache elektrische community seid wenn nicht würden wir uns freuen wenn ihr uns mit einem abo unterstützt und jetzt geht's los mit der review und dem fahrbericht vom maxus e deliver 7 und wie immer starten wir von außen starten von vorne und schauen mal auf die nagelneue frontpartie das neue gesicht aus dem hause maxus maxus gehört zu zeigt motor und zeigt motor ist der drittgrößte autohersteller der welt nach toyota und volkswagen und bietet hier mit maxus halt auch rein elektrische nutzfahrzeuge an und da hat auch maxus seine stärken sehr sehr schön hier gemacht mit dem geschlossenen kühler grill es wird ihn ende des jahres auch noch mal als verbrenner geben so viel sei gesagt aber wir haben hier die rein elektrische variante e deliver 7 led scheinwerfer inklusive led tagfahrlicht sind serienmäßig an bord wir haben auch eine auf und abblende funktion und das ist auch in der nutzfahrzeuge klasse nicht selbstverständlich da haben wir oftmals noch die hallo gehen scheinwerfer ja wenn wir auf die seite schauen dann schauen wir auf eine stattliche größe es wird ihn geben in zwei verschiedenen längen l1 dann mit fünf meter länge und 5,9 kubikmeter ladevolumen dazu später aber noch mehr und es wird ihn in l2 geben so wie wir ihn haben dann mit fünf meter 36 länge und das ist doch eine tolle geschichte optional wird später auch noch mal ein hochdach geben wo sich dann von den 6,9 kubikmetern ladevolumen sogar auf über acht kubikmeter das ladevolumen erhöhen wird und das ist glaube ich eine tolle geschichte weil es hier auch und auch das ist nicht selbstverständlich eine richtig tolle anhängelast geben wird auch dazu später mehr ja schönes design finde ich von außen sieht europäisch aus könnte theoretisch auch ein volkswagen t7 seien oder vielleicht auch ein ford wie heißt das turnier glaube ich ja turnier oder turnier also von daher endlich mal von maxus halt auch eine außendarstellung die halt europäisch aussieht die vornehmen aussieht wo halt auch gerne der handwerker sich mit repräsentiert weil wenn wir an die vorherigen maxus derivate denken dann sieht das vielleicht alles noch so ein bisschen aus seiner zeit aus ist nicht böse gemein aber sollte man fairerweise dazu sagen ja wir sind bei maxus norddeutschland da bilde ich euch auch mal den link zur webseite ein wo ihr noch mal alle informationen hier zum e-deliver 7 bekommt wir haben hier eine schöne schiebetür immer serienmäßig auf der beifahrerseite momentan ist es so dass auch immer dieser herausfahrbare trittstufe wohl dabei ist ich hoffe dass das so bleibt weil das ist natürlich mega angenehm wenn ihr hier im maxus etwas beladen wollt und auch gerade wenn wir hier mal reinschauen hier ist alles richtig ordentlich verkleidet mit so einem hochwertigen strapazierfähigen gummiboden die seiten sind ordentlich verkleidet leider nicht die radhäuser das hätte ich mir noch gewünscht so viel zeit muss sein wir haben hier eine schöne rückwand dann auch mit so einer getönten scheibe wo man mal nach hinten schauen kann ob im laderaum alles ordentlich gesichert ist und festsitzt also das ist mega genial und optional bekommt ihr dann halt eben auch eine zweite schiebetür wo ihr dann auch aus der fahrerseite herausgehen können also da muss ich sagen da bietet maxus eine menge es gibt nämlich nur zwei zusätzliche optionen steffen na und die wären einmal das silber metallic was wir hier haben als aufpreis okay und dann die zweite schiebetür alles andere ist bei maxus im preis mit drin ist doch schon mehr spaß du dir das ewige konfigurator gespiele wenn wir mal im preis sprechen da liegt diese l2 variante es gibt zwei akkugrößen einmal 77 kilowattstunden einmal 88 kilowattstunden l2 88 kilowattstunden so wie er hier ist liegt er bei gut 48.900 euro netto in der basis aber maxus norddeutschland arbeitet an dem leasing angebot dass man ihn vielleicht sogar für unter 300 euro netto dann pro monat leasen kann das wäre doch mal ein handwerker angebot glaube ich wo wo keiner mehr ein argument hätte nicht elektrisch zu fahren oder das denke ich auch ja schaut ja gerne mal bei maxus norddeutschland vorbei link ist in der video beschreibung und wie immer schauen wir mit euch mal unter die vordere haube was mir hier so ein bisschen fehlt sind haubenlüfters finde ich ein schade aber wir sehen hier eigentlich relativ wenig außer so ein bisschen bremsflüssigkeit das wischwasser kann hier nachgefüllt werden und dass wir halt leider keinen frank haben und frank hätte ich ja deswegen interessant gefunden und vielleicht das typ zwei ladekabel hier vorne zu verstauen was mir fehlen sind haubenlüfter das hätte man noch ergänzen können gedämmt ist alles denn hier unter verbirgt sich der frontmotor das heißt hier ist die vorderachse angetrieben mit 150 kw 204 ps und stattlichen 330 newtonmeter drehmoment abgeregelt ist übrigens bei 120 km h was ich im nutzfahrzeugsegment sogar sehr sehr gut finde damit halt nicht die ganzen transporter kasten sprinter alle bei starken seitenwind auf der autobahn mit voller pulle über die autobahn knallen steffen oder das ist schon manchmal gefährlich was wieder manchmal so beobachten ansonsten sind wir halt eigentlich immer gegen tempo limits weil wir ja gerade in deutschland noch freie fahrt halt auf autobahnen haben da wo es nicht begrenzt ist oder geil ist auch dass maxus sagt frontantrieb ist nicht die einzige option das heißt im herbst winter also richtung iaa wird es ihnen dann auch allrad angetrieben geben das natürlich für alle diejenigen interessant die vielleicht ihre arbeitsstätte im gebirge haben die vielleicht auch mal unwegsames geläuf auf baustellen zu durchdringen haben und gerade wenn er beladen ist kommen wir später noch zu was alles ziehen kann was man alles beladen kann dann ist natürlich ein allrad antrieb glaube ich vielleicht sogar noch mal gold wert oder ja also auch da könnt ihr euch freuen dass maxus an euch denkt und allrad bietet und das ist ja in der nutzfahrzeug sparte glaube ich gerade im e-bereich habe ich noch nirgendwo gelesen ich auch nicht hören wir uns mal an wie chinesischer stahl sich anhört oder 3 2 1 lasst uns noch mal über die proportionen sprechen in der l1 variante sozusagen mit kurzem radstand da haben wir eine länge von fünf metern da bekommt ihr die option dann halt auch mit 77 kilowattstunden darüber hinaus gibt es dann halt auch den langen radstand l2 wo ihr dann fünf meter 36 länge habt und wo ihr auch die 88 kilowattstunden batterie optional bekommen könnt und später dann natürlich auch den allrad antrieb starten tut er aber erstmal bei uns in deutschland mit der l2 und großen akku variante die anderen fahrzeuge sind quasi auf dem transportwege nach europa ja zu den proportionen zwei meter ist er breit 1 meter 99 ist er hoch ich bin zarte 1 meter 85 groß und den akku könnt ihr laden über zwei anschlüsse hier für europa zum einen über den typ 2 anschluss wo ihr ac 3 phasig 11 kw laden könnt das war ja mein thema bei maxus dass nicht alle fahrzeuge 3 phasig 11 kw können und dc mit bis zu 90 kw im peak das ist vielleicht der einzige nachteil weil natürlich von den pkws ein bisschen verwöhnt sind immer verwöhnter werden hier gibt maxus glaube ich 20 auf 80 prozent steffen an mit 43 minuten da würde man es natürlich schon wünschen dass er wie so ein pkw 1080 jetzt in unter 30 minuten lädt weil das ist ja auch für die handwerker wichtig die jetzt längere strecken fahren dass man in der mittagspause der handwerker mal am ccs schnell lädt und den akku wieder schnell auf reichweite bekommt bei einem transporter sind neben seitenschiebetüren natürlich auch große flügeltüren wichtig die ihr bestenfalls dann auch noch mal umklappen könnt wie geht das steffen ich weiß nicht so aushängen das nämlich wichtig warum ist das wichtig das ist für all diejenigen wichtig wie wir das ja auch zum beispiel machen ab und zu dass wir mal eine palette mit fliesen oder zement oder estrich hier einladen wollen und da ist es wichtig dass die türen außen auseinander klappen war nochmal steffen die tür fällt nämlich hier vom wind zu nicht dass du die abkriegst um dann halt hier mit dem stapler die paletten ranzufahren da passt auch übrigens eine palette quer durch die seitentür das heißt hier kann man also wunderbar zwei euro paletten mindestens mal rein bekommen denn wir haben eine zuladung von bis zu 1,1 tonnen hier auf der hinterachse im laderaum das ist doch schon mal eine tolle geschichte oder das ist ordentlich genau und wem das nicht reicht der hat die möglichkeit die tür hier wieder zu verschließen manuell logischerweise weil elektrisch gibt es leider noch keine flügeltüren und kann dann hier die anhängerkupplung im prinzip andocken wo man gebremst 750 kilo ziehen kann und ungebremst 1,5 tonnen und das ist ja schon mal was oder das ist ordentlich also wenn man sich das dann noch vorstellt dass man dahinter noch mal 1,5 tonnen gebremste anhängelast ziehen kann dann wird der maxus e deliver 7 zu seiner richtigen transportwaffe oder absolut so allzweckwaffe und ich habe das gefühl geht auch so ein bisschen über die möglichkeiten der wettbewerber hinaus also da bietet das schon noch mal so von allem so ein klein bisschen mehr und das insbesondere auch das werden wir sehen im innenraum außen haben wir euch alles gezeigt lasst uns mal nach innen schauen erst mal prüfen ob wir hier einfach oder doppel verglasung haben wir haben einfach verglasung wie es sich für einen transporter gehört wobei so zwei scheiben mit einer folie verbunden wäre auch noch mal ein highlight oder super das kann man vielleicht dann im nutzfahrzeugsegment aber auch nicht erwarten da geht es um andere dinge da muss ich sagen bin ich sowas von positiv überrascht nicht dass ihr denkt irgendwie ich bin jetzt ein neuer maxus fan ich finde maxus einfach cool weil sie halt was von fahrzeugbau verstehen und weil sie nicht einfach hier von asien hier rüber kommen und uns irgendwas so dahin klatschen so nach dem motto ja probiert es mal aus wir haben neues angebot für euch sondern da ist halt sachverstand hinter das der drittgrößte autobauer der welt dahinter und halt auch ein netzwerk ihr habt hier fünf jahre voll garantie bis 100.000 kilometer acht jahre garantie dann auf den akku und zwölf jahre gegen durchrostung also von daher bekommt ihr hier ein gesamtpaket ja bundesweites händlernetz gerade hier in norddeutschland sehr sehr ausgeprägt bei maxus norddeutschland und ihr habt hier übergehend zur innenverkleidung halt auch finde ich fürs nutzfahrzeugsegment erstmalig so ein richtig wertiges ambiente das heißt wir haben hier harten kunststoff aber schön gemasert der ist auch nicht unterschäumt das muss aber auch nicht dafür ist das hier alles wo der ellenbogen liegt wo der türgriff ist unterschäumt hier ist auch eine gummimatte im türgriff selber wenn man da ein paar münzen rein macht für die parkuhren dass da nichts klappert elektrische fensterheber zentralverriegelung alles wertig gemacht hier so ein kunststoff ein bisschen lackiert das ist ein bisschen wertiger aussieht so ein chromartiger griff finde ich auch edel gemacht dann hier noch mal fürs auftragsbuch was zum packen unten was rein zu packen und noch ein fach hier passt die große zwei liter wasserflasche rein oder auch mal für einen handwerker ein ordentlicher halber liter oder ja aber natürlich erst noch feiern genau deswegen ist ja hier auch noch mal der becherhalter dann für die heimfahrt natürlich vorgesehen wir haben die elektronische barkbremse haben die auto hold funktion werden die mode tast ihr habt also eco comfort und sport in der antriebsform und ihr habt sitzheizung in drei stufen und das in dem nutzerzeug ist aber sensationell oder mega elektrische fensterheber eine ss taste wenn ihr verunglückt dass ihr hilfe holen können und das absolute highlight ist dass ihr nicht nur sitzheizung habt sondern auch noch lenkrad heizung also ich muss sagen jetzt geht es ja mal richtig nach vorne bei maxis oder auch wirklich im winter schön damit holla die waldfee steffen ist mal hinten im lagerraum und filmt durch die scheibe der bordwand und so kann ich euch auch mal in voller breite hier die zwei meter des innenraums und des cockpit zeigen und da bin ich echt positiv überrascht steffen komm mal nach vorne wir wollen unseren zuschauern mal die detail zeigen wie viel liebe zum detail maxus hier den edeliver 7 kreiert hat bevor wir hier starten mal der hinweis sowie maxus hier so ein nutzfahrzeug vom armaturenträger kreiert das würde ich mir in manchen verbrennern wünschen steffen absolut weil das ist wirklich auf pkw niveau was uns sicherlich fehlt ist hier ein head-up display hier wäre sogar noch platz vielleicht kommt das mal später bei einer modellpflege lassen wir uns überraschen ansonsten haben wir hier einen schönen bereich analog zwar wo wir die power sehen vom motor und ob er rekuperiert wir haben das tachymeter analog und wir haben hier zentral dann nochmal ein informations display wo wir halt verschiedene funktionen entsprechend generieren können haben hier ein richtig schönes kunst leder lenkrad was ich richtig geil haptisch anfühlt also wirklich sehr sehr edel mit haptischen tasten die sich gut bedienen lassen die ergonomisch genial angeordnet sind und wir haben hier an bord eine armada an assistenzsystem also angefangen vom abstands regeltempomaten über spurhalteassistenten notbremsassistenten todwinkelwarner also eigentlich all das was wir heutzutage aus pkws kennen ist hier an bord inklusive lenkrad heizung inklusive sitzheizung da muss ich mal ein dickes fettes lob ansprechen und da setzt maxus eigentlich in dieser klasse einen völlig neuen maßstab oder richtig das machen sie wirklich gut wenn das auch noch alles funktioniert super weil natürlich können das auch unsere deutschen hersteller von mercedes dann im video oder im tourer klar kann das sicherlich auch volkswagen dann die kasten die bus aber da ist natürlich auch eine elendig lange auf preis liste dahinter und da glaube ich hat maxus hier mit 48.000 oder 90 euro netto beginnt und dann hoffentlich interessanten leasing konditionen aber schon so einen kleinen wettbewerbsvorteil oder das würde ich auch so sehen und gerade wenn wir dann hier noch mal zum infotainment kommen haben wir hier ein sehr sehr schönes großes display wo ihr dann diverse möglichkeiten habt bis hin zur 360 grad kamera ihr habt immer die home taste da kommen nämlich später noch beim einparken zu und habt hier dann noch mal die auswahlmöglichkeit und habt ihr sämtliche fahrzeugeinstellungen und das zeige ich euch hier noch mal im intelligenten antrieb dass ihr im prinzip hier frontradar einparkhilfe habt habt hier fahrzeugüberwachung habt tempo limit erinnerung dass ihr nicht zu schnell fahrt den tutwinkelassistenten den spurhalteassistenten die kollisionshilfe dass ihr nicht mal unachtsam irgendwo jemand drauf hat und diverse weitere optionen die euch das leben hier versüßen sollen ja ihr habt natürlich auch die möglichkeit neben radio über bluetooth und usb music euren media player hier rein zu bekommen und absolutes highlight ist dann aber finde ich apple carplay und soweit ich weiß auch android auto und dann über usb kabel verbunden über das gesamte display und das ist doch einfach mal mega genial dass man hier sein telefon auch in einem nutzfahrzeug spiegeln kann oder absolut gerade für die leute die hier durch hamburg fahren zum beispiel und in adresse suchen nicht kennt ja keiner die ganzen adressen was auch genial ist ist dass wir hier eine klimaautomatik haben das heißt wir können hier sehr sehr schön dann halt auch die klima über das touch display entsprechend regeln inklusive fahrer beifahrer temperatur um luftregelung automatisch klimaanlage und 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 habt ihr aber auch noch mal schnell wahl tasten wenn ihr mal schnell während der fahrt da die temperatur ändern wollte also da gibt maxus finde ich richtig gas ja für die raucher steffen ich würde ja sagen das nehmen wir einfach hier raus dann hat man nämlich ein schönes großes ablagefach weil rauchen ist natürlich auch nicht gesund ich habe ja auch aufgehört zu rauchen fühle mich danach auch wesentlich besser steffen das ist schön ja lasst uns mal hier zu den details kommen hier haben wir einen harten kunststoff der ist aber schön gemasert und fühlt sich auch wenigstens weich an haben hier ein kunstleder schön mit der naht manuelle lüftungsdüsen hier wieder so ein kunstleder mit der naht klar hier mal klavierlack das zerkratz schnell das sieht immer leicht mal so ein bisschen speckig aus aber wir haben es wenigstens haben hier ein schönes großes handschuhfach was hier vielleicht fehlt ist ein kleiner filz aber auch das kann man halt im nutzfahrzeugsegment dann mal übersehen ja und ansonsten haben wir hier im prinzip dann noch mal ein rückspiegel der eigentlich keine funktion hat weil er sich in der trennscheibe wieder spiegelt und was war natürlich irgendwie hier so fehlend haben ist irgendwie so ein kleiner kosmetik spiel oder ja das wäre schon schön wenn man sich so nach einem harten tag auf der baustelle noch mal ein bisschen hübsch machen kann ja so den kajalen nachziehen oder so als maurer nein spaß beiseite klar wahrscheinlich ist ein kosmetik spiegel jetzt nicht irgendwie das non plus ultra aber man kann ja auch hier den schönen spiegel dann mal für sich ran holen und halt mal gucken ob die frisur sitzt last but not least noch mal der blick durch die beifahrertür hier in den innenraum und da finde ich hat maxus auch wieder hochwertige materialien verwendet wir haben einen sehr sehr schönen stoffbezug auch mit so ein paar weißen punkten das ist alles edel verarbeitet klar könnten wir hier vielleicht ein bisschen mehr länder unterstützung erwarten aber es alles schön gepolstert fest gepolstert man sitzt hier komfortabel das fahrwerk ist ordentlich straff komfortabel also das ist alles europäisches niveau wir haben den griff zum ein und ausstieg dann auf der beifahrer seite und wir haben hier auch wieder so ein so ein gummiboden der aber auch eine gewisse weichheit in sich hat der schön rutschfest ist und den man halt gut reinigen und pflegen kann glaube ich um das ganze dann halt auch sauber zu halten und so eine doppelte sitzbank ist man mit drei personen hier mal reisen kann ist auch okay ne ja das ist okay weil die nötige breite hat er und der fahrrad ist natürlich noch mal ein bisschen komfortabler hier mit der mittelarmen lehne außen haben wir euch alles gezeigt innen haben wir euch alles gezeigt kommt mit steigt ein wir wollen zum fahrbericht kommen und schauen wie sich der maxus e-deliver so fährt wir sind los gestartet mit dem maxus e-deliver 7 und man merkt finde ich gar nicht dass man in so einem nutzfahrzeug sitzt also er schaukelt zumindest nicht so doll wie ich gedacht hätte man sitzt so schön erhaben wie in so einem suv hat so die komplette übersicht als wenn man auf so einem thron sitzt ja ja klar man schaut mal schön die übersicht ist doch super und was maxus auch hinbekommen hat ist dass diese 150 kw 204 ps mit den 330 newtonmeter drehmoment schön spontan am gas hängen also ich kann hier schon mal aufs strompedal treten und es passiert was doch schön 330 newtonmetern das geht klar wird sich das ändern wenn das auto dann natürlich voll beladen ist und da ist vielleicht dann sogar der allradantrieb interessant wenn man häufig schwere lasten transportiert respektive insbesondere dann vielleicht auch zieht ja was maxus mit an bord habt ihr habt es eben kurz gehört ist auch eine verkehrszeichenerkennung die überraschend genau funktioniert ja und auch ein bisschen nervig ist wenn man mal so zwei kmh drüber ist wobei ich ja wirklich ein freund davon bin sich auch an geschwindigkeitsbegrenzung zu halten absolut also das ist ja auch so eine unsitte geworden dass irgendwie jeder jetzt so gefühlt auch in der stadt wo auch hier kindergärten schulen sind wie hier bei hamburg halt auch viele radfahrer am deich unterwegs sind dann halt einfach mal irgendwie 20 30 zu schnell fahren in der ort finde ich jetzt nicht so sexy oder aber die herren von der staatsmacht haben da auch ein auge drauf sehr gut wir haben für euch mal den abstandsregeltempomaten eingeschaltet und der funktioniert sogar bei 30 kmh das finde ich richtig klasse dass das so ist ihr seht er reduziert jetzt auch die geschwindigkeit weil wir auf ein hindernis fahren ich fahre den jetzt wenn wir aus dem radar raus sind bisschen stacker tief sieht er das merkt er das und beschleunigt wieder auf die eingestellten 30 kmh ich weiß dass einige von euch da sehr viel wert drauf legen weil ich glaube beim opel corsa war das nämlich nicht so ne der konnte irgendwie nicht 30 kmh im abstandsregeltempomaten fahren ab 40 war das genau und das ist natürlich wichtig bei so einem nutzfahrzeug weil man halt viel städtischen verkehr fährt wo häufiger mal 30 sein kann und was auch genial ist er hat auch die staufunktion steffen das heißt man kann mit ihm im prinzip auch gemütlich sich durch den stau teil autonom unterstützen lassen also das ist auch eine geniale funktion gerade für alle handwerker die viel stadtverkehr fahren mit stop and go an der ampel und so weiter ist das doch eine tolle geschichte was uns auf den ersten metern auffällt steffen dein popometer was sagt das ich so ziemlich bequem ich auch also überraschend komfortabel abgestimmt klar dann eine gewisse straffheit das heißt er schaukelt hier nicht wie manche nutzfahrzeuge wie so ein schaukelpferd hin und her da ist das schön europäisch straff jetzt werden wir hier auch alle alarmsignale hoch das ist gut weil man merken dass die assistenzsysteme funktionieren und das finde ich genial weil wir sind schon einige nutzfahrzeuge gefahren aber irgendwie gedacht wir sind auf dem hochseedampfer ohne ballast sind hier ja auch die hart zur schule gehenden schulkinder haben auch mal ferien ja ich wollte euch nämlich zeigen hier in der in der stadtteilschule kirchwerder wie schön hier die rückfahrkamera funktioniert beim maxus e deliver 7 die ist übrigens serienmäßig hier mit an bord also auch das ist im kaufbereich sozusagen drin enthalten da muss ich sagen das ist schon genial oder das ist super vor allem die auswahlmöglichkeiten die du jetzt noch hast genau auch gerade wenn wir jetzt hier im vorwärtsgang schalten haben wir halt eben auch eine frontkamera inklusive hilfslinien wir haben hier sehr schöne seitenkameras wo wir dann halt auch neben dem kasten sehen was da halt entsprechend passiert und wenn wir dann los gestartet sind dann bekommen wir noch mal so eine so eine top view glaube ich ne na oder ist das nur bei der ampel vorhin hatten wir es ja schon mal genau da hatten wir es irgendwie bei der ampel dass er dann in so einen top view modus übergeht also hier seht ihr halt auch noch mal sehr sehr schön also euer umfeld inklusive todwinkel also da hat sich maxus finde ich ja für das nutzfahrzeug mal richtig aus dem fenster gelehnt oder ja vor allem auch sehr gut und gerade die karre ist halt auf fünf meter dreißig und karre natürlich mit dem nötigen respekt fünf meter 36 steffen so genau müssen wir sein weil wir wieder einige zuschauer haben die auch jedes unserer maße natürlich zurecht kontrolliert ja und gegebenenfalls dann korrigiert wir wollen mit euch die innengeräusche messen bei 50 kmh 62 63 64 64 dezibel das ist ein ordentlicher wert mal zum vergleich ein gedämmter id3 neuerer generation hat er 60 61 dezibel wir beschleunigen auf 70 kmh 69 70 dezibel das ist ein guter wert das ist vergleichbar mit dem id3 wir beschleunigen auf 100 kmh 73 dezibel das ist ein top wert da liegt ein id3 bei mitte 70 dezibel also da muss ich sagen das ist wirklich ordentlich gedämmt und für nutzfahrzeug auch nicht gewöhnlich oder steffen vor allem steht ja auch ein bisschen höher im wind mit seinen zwei meter höhe knapp da ist das in ordnung was wir fairerweise dazu sagen müssen dass wir immer so leichte windgeräusche hier über den großen außenspiegel über die a-säule haben das haben wir auch schon bei anderen maxus derivaten feststellen können wir werden euch auch noch in einem zweiten video dann später mal den e-deliver 3 und den e-deliver 9 zeigen das sind ja auch zwei sehr schöne maxus derivate wenn ihr im prinzip ein kastenwagen eine nummer kleiner respektive eine nummer größer vielleicht sucht ganz wichtig ist dass wir natürlich auch mal die 0 100 beschleunigen steffen gibt gas mal ein countdown 3 2 1 go und da braucht eine gedenksekunde jetzt ist er losgestattet 40 60 80 und die 150 kw regeln und 100 entspannte 11,16 da muss ich dir sagen ist doch für so einen großen kastenwagen mit der stirnfläche heute ist auch mal ein bisschen windig hier bei hamburg top wert oder ja ist okay reicht du kommst du kommst du auch mal schnell von der ampel weg ich hatte extra auch in den power mode geschickt weil die jungs von maxus norddeutschland haben ganz selbstlos gesagt mensch olli mach da auch mal mit unserem maxus nutzfahrzeug mal ein launch weil du wirst sehen der kommt gut vom fleck und da muss ich sagen bin ich auch wirklich beeindruckt und auch auf unwegsam geläuft die straße ist ja hier so ein bisschen holperlich und huppelig macht das aber ordentlich und immer noch so straff komfortabel oder ja es ist angenehm man rutsche auch nicht hin und her oder so klingt nicht schlecht oder? ja ich hab jetzt einfach mal bei apple carplay mal so einen unserer lieblingssons ausgesucht schön zum cruisen na klar wir haben jetzt nur laut sprecher im frontbereich haben jetzt keine unterstützung hinter uns aber das kann man glaube ich auch nicht mehr in einem nutzfahrzeug erwarten nein und dafür ist es ausreichend und für so ein handwerker posing geht das glaube ich nur arm raus, Scheibe runter genau, ellbogen raus ich hab noch meinen sport geschaltet um hier mit 60 raus zu beschleunigen 80 und er geht auf 100 und er geht auch ganz easy auf 120 das heißt ihr habt in dem e-deliver 7 auch ausreichend kraft 120 ist die tempo begrenzung aber wenn wir mal kurz durch beschleunigt also 130 tacho schafft da selbstverständlich auch ja wir wollen mit euch mal hier den abstands regel tempomaten den könnt ihr bis 120 km h natürlich auch einstellen und dann hält er hier wie ich finde relativ ordentlich die fahrspur er hat aber keinen lenk assistenten das heißt das was wir aus pkws im premium bereich kennen dass ihr dann quasi in der mitte der fahrspur gehalten werdet das hat er nicht ihr müsst also selber quasi die mitte der fahrspur halten aber so ein abstands regel tempomaten schon gold fährt oder? das ist auf jeden fall gold fährt lasst uns zum fazit kommen mit dem maxus e-deliver 7 der neuesten derivat aus dem hause maxus was jetzt endlich bei uns nach deutschland gekommen ist oder zu uns nach deutschland gekommen ist und da muss ich euch sagen da bin ich echt schwer angetan weil es so ein bisschen in meinen augen dieses nutzfahrzeug segment revolutioniert klar sind wir jetzt nicht die spezialisten die jedes nutzfahrzeug euch zeigen wir zeigen euch immer so highlights wo wir denken dass wir euch damit was besonderes zeigen weil ihr hier halt im innenraumbereich gerade in der fahrgastzelle dann halt wirklich viele unterstützungen habt im teilautonomen bereich hier eine schöne gastlichkeit halt eben auch habt und natürlich ein transportvolumen plus zuladung plus anhängelast wo wir so langsam aber sicher halt auch in die richtige richtung kommen sodass das für viele handwerker von euch dann halt eben auch nutzbar wird und sinnhaft wird und ich sag mal gerade 88 kWh Akku das ist ja schon mal eine ansage finde ich von der größe her gepaart mit 150 kW 204 PS die option zum jahresende den auch als allrad zu bekommen plus die anhängelast und der preis mit unter 50k netto wenn jetzt noch ein geiles leasing angebot käme was ja maxus norddeutschland vorhat dann gibt es doch eigentlich kaum noch argumente sich nicht mal so ein e-deliver 7 mal anzuschauen und damit zu beschäftigen oder absolut sollte man sich auf jeden fall mit beschäftigen und für all diejenigen die sagen mensch sorry für unser handwerk passt es leider noch nicht kann ich halt eben auch sagen dass halt zum jahresende dann halt auch nochmal der dieselmotor einzug hält im e-deliver 7 der heißt dann natürlich deliver 7 ohne e und ihr dann halt auch diesen tollen kastenwagen als diesel bekommt schreibt da gerne mal in die kommentare ob ihr euch da auch eine review wünscht weil maxus ja so momentan leider noch eher so eine nischenmarke vielleicht im nutzfahrzeugsegment ist und eher was so als geheimtipp und deswegen haben wir uns ja auch bewusst maxus rausgesucht um euch auch mal an die geheimen jetzt nicht mehr geheimen tollen dinge heranzuführen steffen oder ja wir sind ja immer im dienste der community unterwegs um die nischen zu zeigen tag und nacht wir sind zurück bei maxus norddeutschland link ist in der video beschreibung und muss uns leider von dem maxus e-deliver 7 trennen steffen was ist besser als ein maxus e-deliver zwei deswegen haben wir uns noch mal hier schön in den anderen silbernen boliden gestellt und hoffen natürlich dass euch das video gefallen hat ihr es mit einem daumen hoch bewertet schreibt gerne mal in die kommentare ob ihr öfter mal nutzfahrzeuge auch hier auf dem kanal sehen wollt und schaut bitte auch noch mal nach ob ihr teil der einfach elektrisch community seid wenn nicht würden wir uns freuen wenn ihr uns mit einem abo unterstützt und wir sagen herzlichen dank fürs zuschauen bleibt gesund und bis bald euer olli du steffen muss dir sagen ich finde die frontpartie echt mega gelungen oder ich mag das auch das hat irgendwie auch so ein bisschen struktur ich habe mir erst gefragt warum hier diese schlitze sind aber wenn dann noch der verbrenner kommt der bäuer ein bisschen mehr zucht luft oder wird das ding nach hinterher weggenommen und dann hast du da ein bisschen durch luft super idee